Bist du gesichert, Maik? Warte mal kurz, ich will auch ein Foto machen. Ja, musst du runterlaufen. Runterspringen. Nicht festhalten, einfach laufen. Ich? Ja. Okay. Papa, ich bin bereit. Du hast gesagt, es gibt noch eine Seilbahn. Tschüss, Tom. Mach jetzt. Doch, mach was. Hast du richtig gesichert? Also, dann mach. Danke, tschüss, Tom. Und? Ey, du bist noch von Spaß. Vielen Dank.